Ich muss dann jetzt auch los. Vielen, vielen Dank. Und pass auf dich auf, okay? Ja, mach toll. Ich wünsche dir viel Spaß noch, gell? Good night, aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mega Spaß gemacht. Danke. Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Hey. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020